Hallo zusammen, heute gibt es was Neues zum Lernen und wir legen los. Langsam, links, überkreuzt und rechts ist frei. Überkreuzt, links, überkreuzt, rechts. Tausendmal bitte wiederholen. Langsam üben und dann richtig schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und langsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Twist. Nach links, nach rechts, viermal nach links. Eins, zwei, drei, vier. Noch eine Runde. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nach links, Knie, nach rechts. Und fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt kommt ein bisschen Shuffle Dance. Wir bewegen uns nach links und nach rechts. Füße nach außen, nach innen, nach außen, nach innen. Es sieht leicht aus, ist aber richtig kompliziert. Bitte langsam üben. Mehrmals wiederholen. Wir kombinieren es mit Point, Point, Triple Step. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier und Point, Point, Triple Step. Eins, zwei, drei und vier. Paarmal langsam. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei und vier. Und eins, zwei, drei und vier. Und eins, zwei, drei und vier. Die beide Bewegungen sind zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal. Bereit und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Absprung 2. 1, 2, links nach vorne 3, 4, hoch, 5, 6, 7, 8. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Absprung 2. Rechts vorne. Rechts hoch, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stellt euch vor, dass wir einen Halbkreis malen. Nach links, dann nach vorne Halbkreis. Nach rechts, nach vorne Halbkreis. Seitliche Doppeltschritt. Und umdrehen. 1, 2, 3, umdrehen. Und noch einmal. Und 1, 2, 3, nach links. Und 5, 6, 7, noch einmal. Und 1, 2, 3, 4. Wir drehen uns um nicht ständig. Das ist nur für Übung. Zum Beispiel jemand macht als Erste und dann tanzt einfach gerade zur Seite. Dann jemand macht als Zweite. Jemand macht drei Schritte zur Seite und nur vierte Antunan, also umdrehen. Dann laufen wir schon zurück in die Reihe. Bitte Körper gut zur Seite lehnen. Die nächste Bewegung ist schon bekannt. Ferse, Ferse, überkreuz. 3, 4, 5, 6, 7, Twist. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach vorne mit rechts. Und 1, 2, schließen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und von vorne nochmal. Das ist rechts. Schließen, links. Schließen, rechts. So, links. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts hoch. Die Rücken schon gerade halten. Links hoch. Nach links, nach rechts, nach links. Und dreimal winken. 1, 2, 3. Nochmal. Rechts zu. Links zu. Rechts links. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir tauschen die Plätze, dafür haben wir zwei Achter. Jetzt stehen wir richtig eng zueinander. Die nächste Bewegung, Kopf. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Die Hände. Hier ist links, rechts. Gleichzeitig. 1, 2, 3, 4. Gerade stehen. Und nach links. Das ist rechts, links. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schon wieder neue Formation. Nur 4 Zeile. Schnell tauschen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ist unterschiedlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder tauschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schaffel-Dance-Kombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slide Kickbowl Change, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Slide nach rechts, links, rechts, zu und 1, 2, 3 und 4, nach rechts, links, rechts, zu, 1, 2, 3 und 4, Slide, pam, 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 1, 2, 3 und 4. Und letzte für heute, mit links, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, rechts, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Morgen üben wir mit Musik. Viel Spaß beim Lernen. Musik Musik